Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Heute gibt es 5 Booster der Tops Magitech Serie 2012-2013. Des Weiteren wollte ich euch zu Beginn einen schönen ersten Advent wünschen. Und ab Dienstag, ähm, Dienstag ist ja der 1.12.2015, da wird es dann halt auch täglich ein Adventskalender Türchen geben. Ich habe ja den Magitechs Adventskalender der Saison 2015-2016 mir gegönnt. Und da wird es halt täglich auch noch ein Unboxing zu geben, wie ich halt, ähm, das habe ich ja auch in der letzten Saison, beziehungsweise im letzten Jahr schon gemacht. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir hier an mit dem ersten Booster, yeah. Mal gucken, ob wir was besseres ziehen. Ich hatte ja schon beim Booster Battle die 5 Booster aufgemacht gehabt. Dann hatte ich noch ein weiteres Unboxing zu den Kärtchen gemacht, wo ich eigentlich auch nur Rotze drin hatte. Und hier haben wir Ömer Tobrak als erste Karte, dann Felipe, Top Transfer Hannover 96, Nils Petersen als Wookie, Patrick Ovomoyela und zu guter Letzt Mario Eggiman von H96. Also das erste Pack war schon mal wieder ein Base-Pack, also die Booster, die kann man wirklich vergessen. Hier, auch ein Base-Pack. Ich raste hier gleich aus. Jerome Boateng, Bayern München, Daniel Cavacal. Und jetzt ist er wirklich zum richtigen Topstar, sage ich mal, geworden. Er spielt aktuell bei Real Madrid. Ist eigentlich so gut wie immer gesetzt. Wookie, Bayern 04, Leverkusen. Da sieht man mal wieder, ja, von wo die Talente kommen, nämlich Zara aus der Bundesliga. Jan Moravec von Augsburg, Tom Tweibull von Bremen und Felipe Santana, Borussia Dortmund. Fünftes Booster. Mal gucken, ob wir heute überhaupt noch eine Power-Karte bekommen. Das sieht schon wieder nach einem Base-Pack aus. Stefano Celozzi, Frankfurt, Falou Diagnier von Freiburg als Wookie, Sebastian Prödel, Bremen, Sebastian Kiel und Leon Ballogun. Dortmund spielt jetzt auch gleich Bundesliga. Ich denke mal, wenn das Video online kommt, spielen sie schon. Werde ich mir auf jeden Fall gönnen, das Spielchen. So, Mainz 05, Elkin Soto, Nordweit, Gladbach, dann hier Ivan Paurevic, Düsseldorf, Gibril Sanko von Augsburg und El Giro Elia als Top-Transfer. Das kann wirklich nicht wahr sein. Nur, nur Base-Packs. Wir haben jetzt hier noch ein Booster am Start. Wenn da wirklich wieder ein Base-Pack sein sollte, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Und es scheint kein Base-Pack zu sein. Nämlich hier ist eine, ich vermute, eine Star-Karte. Das fühlt sich wie eine Star-Karte zumindest an. Christian Fuchs, Schalke 04, Takashi Usami Hoffmein, Markus Berg von Hamburg. Ja, die Hamburger haben ja gestern schon wieder gewonnen. Also, die haben wirklich einen Lauf. Das Traumtor, äh, Traumtor, kann man sich jetzt streiten. War auf jeden Fall ein gutes Tor. So kann man es festlegen. Von Ivo Iliciewicz. Dann hier Piamin Schwegler, Frankfurt. Und zu guter Letzt, TSG 1899 Hoffenheim-Angriff. Boom! Ehren Derdiok als Starspieler. Aber die Ausbeute heute war wirklich miserabel. Kann man nicht anders sagen. Vier Base-Packs, ein Pack mit einer Power-Karte. Und das war nur ein Starspieler. Wäre es ein Match-Winner, Hedrick-Held, Club 100 oder sowas, wäre es natürlich geiler gewesen. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ab morgen startet dann auch meine Mail der Woche. Das heißt, jeden Tag werdet ihr hier ein Mail-Day sehen. Und ab Dienstag werde ich dann halt auch noch die Adventskalender-Türchen bringen. Das heißt, ja, nächste Woche, beziehungsweise fast den ganzen Monat, denke ich mal, werdet ihr zwei Videos pro Tag sehen. Ist das nicht geil? Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Haut da rein. Tschüssi. 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 Vielen Dank.